Kampionslegü, Kampionslegü, Marco Marin mit Pireus vor Einzug in die Playoffs. Marco Marin steht mit dem griechischen Fußballrekordmeister Olympiakos Pireus vor dem Einzug in die Playoffs zur Kampionslegü. Der frühere Bundesliga-Spieler Marco Marin steht mit dem griechischen Fußballrekordmeister Olympiakos Pireus vor dem Einzug in die Playoffs zur Kampionslegü. Im ersten Pflichtspiel der Saison gewann Pireus in der dritten Qualifikationsrunde der Königsklasse bei Partizan Belgrad 3.1, 1.1. Ex-Nationalspiele Marin bereitete das 1.0 durch Benna Bohane, 6. vor. Der Stürmer aus dem Inselstad Komoren erzielte auch das zweite Tor der Griechen, 56., nachdem Leandre Tabamba, 10., für die Gastgeber aus Serbien ausgeglichen hatte. Emanuel Emaneke, 90.1, sorgte für eine glänzende Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Mittwoch.